Zur Gestaltung von Wochenplänen, Einsatzplänen, Kalendern generell sind die Kalenderfunktionen, Kalenderwoche und Wochentag sehr hilfreich. Und auch für die spätere Auswertung kann man diese Funktion ganz gut nutzen, wenn man zum Beispiel die Summen von Kalenderwochen oder wie häufig man an bestimmten Werktagen gearbeitet hatte, ermitteln möchte. So, ich habe hier erstmal ein paar Datumswerte zufällig ermittelt, alles im Jahr 2021 und Wochentage kann man sich als Zahl oder als Text auch ausgeben lassen. Das Jahr ermitteln, die Kalenderwochen kann man ermitteln, wann hat diese Kalenderwoche auch gestartet. Es ist ja auch so, dass die erste Kalenderwoche des Jahres auch im Vorjahr schon starten kann. Und ja, das möchte ich entsprechend auch noch ermitteln, bezogen aufs Jahr. Welche Kalenderwoche ist denn das? Dafür schauen wir uns die Funktionen erstmal generell an und zwar immer an zwei Datumswerten. Ich drücke hier mal STRG-Punkt für den heutigen Tag und daneben mal den 01.01.2021. So, mal schauen, was das für Tage sind. Wir haben heute den 4. Advent 2020, einen Sonntag. Und wenn ich die Funktion Wochentag nutze, ich drücke mal Tab, dann sehe ich, gebe ich zwei Informationen ein, wobei die zweite Variable ist. Die brauchen wir aber in Deutschland zum einen das Datum selber, zum anderen, wann beginnt denn die Woche? Beginnt die montags oder an einem anderen Tag? Und wenn sie montags beginnt, ist Montag die Zahl 1 und das geht bis Sonntag 7 oder von 0 bis 6. Wir nehmen hier den Typ 2, Montag ist die Zahl 1. Damit kann man ganz gute Rechnungen durchführen. So, das heißt, wir haben heute Tag 7, den Sonntag. Und wenn ich das mal rüberziehe, der 01.01. wird ein Freitag sein, der Tag 5. Und damit kann man dann auch Rechnungen ausführen, wo man sagt, alles kleiner gleich 5 ist ein Werktag, alles größer 5 ist ein Wochenende. So, das ist jetzt ein Samstag oder Sonntag. Das kann man durch Formeln auch ermitteln. Und zwar mache ich das einmal, indem ich mich hier beziehe, nochmal auf die beiden Datumswerte. Ich wiederhole die hier praktisch. Ich kann das einmal durch Formate, einmal durch Formeln hier hereinbringen, dass das ein Sonntag, dass das ein Freitag ist. Und zwar, ich drücke mal STRG 1, einmal durch die Datumsformatierung. Dort sehen wir ja auch, können wir die Wochentage wiederholen lassen. Und die reinen Wochentage, die reinen Wochentage kennzeichnen sich aus in der Formatierung durch die 4 T's. Einfach 1, 2, 3, 4 T's hier reinbringen. Ich klicke OK. Und dann ist hier immer noch das Datum drin. Das ist immer noch das Datum, immer noch der 20.12. Ich sehe aber lediglich den Namen des Tages. Und das kann nachher zu Auswertungsproblemen natürlich führen. Deshalb möchte ich hier vielleicht direkt den Tag auch sehen. Ich nehme die Textfunktion und hole mir hier das Datum rein und lasse es jetzt als, es ist dann keine Zahl mehr, kein Datum mehr. Ich lasse es mir als reinen Text erscheinen und zwar als Wochentag ausgeschrieben. Also die 4 T's, die ich gerade in der Formatierung genutzt hatte. Jetzt steht da wirklich Sonntag. Das da oben ist eine Zahl. Das sehe ich auch noch. Das steht da rechtsbündig automatisch. Hier steht es linksbündig. Ja, und wenn ich das jetzt ändere, den dritten, ersten, muss dann entsprechend ja auch ein Sonntag sein. 2021, ja, dann sehe ich, wird das einmal als Datum hier formatiert, nur der Tag angezeigt und einmal wirklich als Text. So, machen wir wieder den ersten, ersten. Wie sieht denn das mit den Kalenderwochen aus? Wir haben ja die Möglichkeit, Kalenderwochen zu ermitteln. Und wenn ich die Funktion Kalenderwoche nehme, muss ich unbedingt aufpassen. Ich habe hier die Möglichkeit, von einem Datum mir die Kalenderwoche geben zu lassen. Das Problem ist, Moment, ich mache mal keinen Parameter, kein, das wäre bei uns in Deutschland falsch. Wir haben jetzt angeblich Kalenderwoche 52, kann ja sein. Und das hier, 1.1. ist Kalenderwoche 1, 1.1., klingt ja irgendwie logisch. Nein, ich hole mir hier mal das Semikolon, Typ 21, das ist Datumssystem 2. Wenn ich mal die Maus hier hinstelle, System 2, das da oben ist System 1. Das amerikanische System sagt halt, die Woche beginnt ja hier mit Kalenderwoche 1, am 1.1., an einem Montag. Ist immer Wochenstart oder am Sonntag? Nein, bei uns beginnt sie am Montag. Und bei uns kann auch KW 1 am Ende des Jahres liegen, nämlich wenn noch drei Tage des alten Jahres ins neue Jahr fallen. Oder wir haben am Anfang des Jahres noch Kalenderwoche 52 oder 53. Und da müssen wir aufpassen. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich KW 51 und der 1.1., der wird KW 53 sein. Ja, also wir haben den Sonntag, die Amerikaner, die zählen halt schon, das ist ja ein amerikanisches Produkt hier, die zählen die neue Kalenderwoche ab dem Sonntag. Morgen haben wir auch KW 52. Ja, okay. So, also, da sehe ich jetzt aber nicht, von welchem Jahr ist das. Wenn ich also die Summe bilde, zum Beispiel von KW 1, machen wir mal hier den 4.1.2021 ein. Wenn ich die Werte von KW 1 mache und am Ende des Jahres, am 31.12. gibt es wieder KW 1, da fehlt mir die Info, welches Jahr ist denn das. So, das Jahr, das hole ich mir einfach erstmal mit der Funktion Jahr, gehe da oben hin und ziehe mir das Jahr hier raus. Nicht das Jahr der Kalenderwoche, sondern einfach nur dieses Datums. Und mit diesen Funktionen kann ich hier mir jetzt folgendes aufbauen. Ich habe hier einfach mal eine Funktion, die mir zufällig hier so ein paar Datumswerte verteilt, über den Zeitraum 2021 verteilt. Ich habe hier die Funktion Wochentag genutzt, wie gerade auch, Wochentag Typ 2. Ich lasse mir hier den Namen anzeigen, immer von dem Feld da vorne. Ich lasse mir das Jahr anzeigen. So, ich lasse mir die Kalenderwoche ausrechnen. Und da kann es natürlich passieren, dass am Ende des Jahres, na, 2021 ist das glaube ich nicht so, aber, dass da nochmal KW 1 irgendwo auftritt. Ich mache das mal hier, 31.12. da nehmen wir mal 2023. Mal gucken, was für eine KW ist das? Ne, nehmen wir mal 31.12.2024. Ja, das ist auch hier KW 1. Also, das ist dann das Jahr 2024. Aber das ist die erste Kalenderwoche vom Jahr 2025. So was müssen wir hier natürlich berücksichtigen. So, was haben wir hier noch? Die Kalenderwoche also. Also, und dann habe ich folgendes gemacht. Dann habe ich von dem Datum mir angeschaut, welcher Wochentag ist denn das? Also, wenn das zum Beispiel ein Donnerstag ist, der Tag 4 ist der Donnerstag. 1 ist Montag, 4 ist Donnerstag. Dann weiß ich ja, dass der, wenn das Tag 4 ist, dass der Montag drei Tage zurückliegt. Also, habe ich mir die Zahl ausgeben lassen von dem Wochentag. Das innerhalb hier unterschiedlicher Formeln. Und habe dann nochmal einen draufgerechnet. Also, das abgezogen, dann einen draufgerechnet. Und das ist der Montag, der KW. Der Montag also, wann diese Kalenderwoche startet. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal den 01.01.2021 habe, beginnt diese Kalenderwoche am 28.12. Ich vergrößere hier mal. Die beginnt am 28.12. Das heißt, die gehört, die KW 53, die wir dann haben, die gehört zum Vorjahr. Ich muss also das Jahr, was ich hier sehe, das ist Jahr 2021, das muss ich um einen korrigieren. Und diese Korrektur, die mache ich mit einer kleinen Prüfung. So, ich schaue mir die mal an, die kleine Prüfung. Und zwar gucke ich mir an, ob es sich bei dem Monat vorne um den Januar handelt. Weil dann ist es 1. Dann frage ich, ist die Kalenderwoche gleichzeitig größer als 51? Weil es könnte ja KW 52 oder 53 sein. Und wenn die in den Januar fällt, weiß ich, dann muss ich von dem Jahr 1 abziehen. Wenn ich diese beiden Prüfungen hier multipliziere, kommt dann eine 1 raus. Und ich hänge dann ein Minus vor. Also kommt dann ein Minus 1 raus. Also ich würde das Jahr dann um einen reduzieren. Ja, muss man sich vielleicht zwei, dreimal anhören hier. Aber hier wird multipliziert. Zwei Prüfungen werden multipliziert. Ich mache mal folgendes. Ich markiere mal diesen Teil hier dieser Prüfung. Und drücke mal F9, dass das aktualisiert wird. So, das ist ein War. Das hier ist ja Kalenderwoche 53. Ist auch ein War. Und ein War mal ein War gibt eine 1. Und diese 1 wird dann von meinem Jahr abgezogen. Die andere Frage lautet halt, handelt es sich alternativ um den Monat Dezember und um Kalenderwoche 1. Also fällt in die letzte Jahreswoche schon die KW 1. Weil dann muss ich auf das Jahr 1 drauf addieren. Es kann nicht beides gleichzeitig treffen, dass sich das auf 0 aufhebt. In den meisten Fällen ist es keins von beiden. Und deshalb ist immer einer der Teile wahr, einer der Teile falsch. Ich zeige das hier mal. Ich mache mal hier eine Aktualisierung mit F9. Das ist nicht der Monat 1. Das ist nicht KW 52 oder 53. Das ist auch nicht der Monat 12. Das ist auch nicht die Kalenderwoche 1. Also ergibt das hier vorne eine 0. Und hier hinten auch eine 0. Falsch mal war ist eine 0. War mal falsch ist eine 0. Und klar, falsch mal falsch ist auch eine 0. Deshalb passiert hier nichts. Ja, und da kann ich mit dieser Formel, also, hupser, mit dieser Formel kann ich mir dann das Jahr korrigiert um diese Korrektur nehmen hier. Also das wird einfach drauf addiert, beziehungsweise ja auch abgezogen. Und dann hänge ich zwei Stellen, mit zwei Stellen noch die Kalenderwoche dran. Und damit habe ich nämlich die Möglichkeit, auch meine Daten kalenderwochenweise auszurechnen. So, für alle, die Excel 365 haben, das Ganze noch mal in einer sehr komplexen Formel. Diese Formel, die ermittelt die Kalenderwoche bezogen auf dieses Modell hier für den ganzen Bereich hier automatisch und gibt mir alle einmalig auftretenden Kalenderwochen hier sortiert wieder. Das ist hier nur mal für Leute, die es interessiert. Nehmt euch einen Screen-Shot davon, dass erläutere ich meinem anderen Video. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Im nächsten Video erwartet uns dann die Fortsetzung der Reihe Kalenderwochen addieren, wo ich die KWs hier aufführe und dann entsprechend, ja, die Einträge, die hier unten passend zu den Kalenderwochen stehen, passend zu den Kalenderwochen stehen, hier hinten dann auch kalenderwochenweise addiere. So, erstmal einen schönen vierten Advent und bis zum nächsten Video.